Ich beschäftige mich ja nicht nur mit der aktuellen politischen Situation, sondern auch sehr mit der aktuellen gesellschaftlichen Situation hier in unseren Ländern, vor allem in Österreich und in Deutschland. Und ich stelle mir natürlich auch die Frage, wie sieht denn die mittelfristige Zukunft aus? Wo bewegen wir uns hin in den nächsten 5, 10 bis 15 Jahren? Und was könnte da auf uns zukommen? Erstens natürlich, um sich mal darauf vorzubereiten und zweitens auch, um etwaig dagegen steuern zu können, ganz aktiv. Und natürlich ist mir in diesem Zusammenhang auch schon einmal das Szenario Bürgerkrieg in den Kopf gekommen oder um ehrlich zu sein auch schon mehr als nur einmal. Und da habe ich mir schon öfter die Frage gestellt, könnte es sein, dass es in naher Zukunft wirklich so weit kommt, dass sich die Seiten so aufwiegeln, dass es zu einem Krieg zwischen links und rechts kommt oder zwischen Migranten und Einheimischen oder wie auch immer. Und ich habe dann einen Bekannten von mir gefragt, der schon viel, viel länger politisch als ich tätig ist und der sich sehr, sehr gut auskennt, ein absoluter Polit-Insider ist. Und dann habe ich ihn gefragt, was glaubst du, könnte so etwas stattfinden? Und er hat mich dann mit seiner Antwort sehr überrascht, ich habe damit nicht gerechnet, denn er hat gemeint, nein, ich glaube nicht, dass es zu einem klassischen Bürgerkrieg kommen wird. Er schätzt es eher so ein, dass in Zukunft politische Rechte und teils auch Konservative für vogelfrei erklärt werden könnten. Und dass es für sehr wahrscheinlich hält, dass man als politische Rechte es zunehmend schwer haben wird in Deutschland und in Österreich. Vor allem auch dann, wenn die nächste Generation dann an die Macht kommt. Eine Generation, die ja schon mit der ideologischen Indoktrination, vor allem in den Schulen und an den Universitäten, aufgewachsen ist. Und dass es dann viel schwieriger noch wird, wirklich seine Meinung zu sagen, vor allem eben als politisch Rechter oder Konservativer. Und das hat mich deswegen überrascht, weil ich das so gar nicht auf dem Schirm gehabt habe. Aber ich muss auch sagen, mit dem Vorfall, den wir uns jetzt ansehen und auch mit anderen Vorfällen, die wir ja schon aus der Vergangenheit kennen, ist das Ganze vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, weil das Gewaltpotenzial und vor allem auch das Potenzial des Fanatismus auf der politisch andersliegenden Seite, also auf der politisch linken Seite aktuell, immer extremer wird und sie sich ja vor allem auch damit rechtfertigen, dass sie als Gute gegen das Böse kämpfen. Und wenn man diese Rechtfertigung auf seiner Seite hat, diese moralische, dann ist man quasi zu allem fähig. Es geht um einen mutmaßlichen Brandanschlag auf das Unternehmen eines AfD-Kommunalpolitikers. Sein Name ist Sven Ebert, er sitzt für die AfD in einem Gemeinderat und in einem Kreistag und sein Unternehmen ist nicht das erste Mal Ziel eines Anschlages. Es gab schon mal in der Vergangenheit einen Farbanschlag durch die Antifa auf sein Unternehmen und daher ist es sehr, sehr naheliegend, dass es sich auch hierbei um einen politisch motivierten Anschlag handelt. Es ermittelt auch der Startschutz, das sagt eh schon mehr als genug aus und es ist ziemlich wahrscheinlich und die Tendenz geht sehr in diese Richtung, dass es sich, wie gesagt, dabei auch wieder um einen Antifa-Anschlag handelt. Dabei ist fast der gesamte Fuhrpark des Unternehmens in Flammen aufgegangen und der Schaden liegt bei mehreren hunderttausend Euro. Einschüchtern lässt sich davon Sven Ebert übrigens nicht. Das Unternehmen läuft vorerst weiter mit Leihfahrzeugen. Das ist auch durchaus bemerkenswert. Man muss dazu sagen, dass Sven Ebert gerade verurteilt wurde für schwere Körperverletzungen. Er geht aber in Berufung. Das hat aber nicht wirklich irgendetwas mit diesem Brandanschlag zu tun, weil man kann nicht das eine Unrecht mit dem anderen rechtfertigen. Und generell ist bei dieser ganzen Angelegenheit, wo er verurteilt wurde, auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es ging nämlich darum, dass er zwei Damen erwischt hat, wie sie AfD-Plakate verunstaltet hat und dann dort eingeschritten ist und ihnen das Handy aus den Händen getreten hat angeblich und noch weiter aus ihr eingetreten hat. Ob das so genau zugegangen ist, das muss jetzt ein Berufungsgericht entscheiden und dann wird man weitersehen. Aber selbst wenn dem so wäre, ist das natürlich keine Rechtfertigung, einen Brandanschlag zu tätigen. Das ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Der Hauptgrund, dieses Video zu machen für mich, war vor allem, weil ich hier ein Muster sehe. Und zwar ein Muster, dass man zunehmend dem Linksextremismus und vor allem auch dem gewalttätigen Linksextremismus den Kampf ansagen sollte, es aber nicht tut. Wir alle wissen, dass die Politik und gerade der Staats- und Verfassungsschutz auf dem linken Auge blind ist und auch blind sein möchte, bei linken Straftätern entweder alles schön redet oder die strafrechtlichen Konsequenzen ein Witz sind und auf der anderen Seite andauernd davon fantasiert, dass ja die rechte Gewalt so dramatisch sei, auch wenn man davon fast nichts mitbekommt. Aber die linken Straftaten, die häufen sich immer mehr und was man hier auch sehen kann, ist, dass wenn dort Straftaten stattfinden, dann trachten sie ganz schnell und ganz oft schon nach Eigentum oder gar nach dem Leben der Angegriffenen. Da fällt mir in dem Zusammenhang einfach immer wieder der Vorfall meines guten Freundes ein, der ist FPÖ-Mitarbeiter, ich habe das schon mal in einem Video erwähnt, ich mache es jetzt aber trotzdem nochmal, weil es einfach wirklich wichtig ist und das darf man nicht verschweigen, man muss sich nach wie vor daran erinnern, dem wurden die Radmuttern gelockert von Antifa-Terroristen, so würde ich sie nennen und man hat dadurch versucht, quasi sein Auto zu einem Unfall zu bewegen. Es ist dann alles gut ausgegangen und dann hat auch der Staatsschutz ermittelt, aber leider hat sich das alles natürlich im Sande verlaufen, weil da jemanden ausfindig zu machen, ist relativ schwierig. Aber auch da war sich der Verfassungsschutz ziemlich sicher, dass es die Antifa war und da gibt es dann keine Konsequenzen und dann ist es einfach so und der FPÖ-Mitarbeiter muss dann quasi einfach weiterleben in Angst, dass heute das vielleicht wieder passieren könnte und das ist natürlich alles andere als akzeptabel in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, in einer freien Gesellschaft und wie gesagt, auch hier an der Stelle nochmal, ich muss mich da immer wieder daran erinnern bei solchen Vorfällen und das zeigt mir einfach, dass die Radikalisierung schon so fortgeschritten ist, dass sie wirklich zu allem fähig sind und dass sie eben auch massivste Beschädigung von Eigentum oder eben auch sogar, ja, versuchten Mord in Kauf nehmen, um zu rechtfertigen, dass sie diese bösen, bösen Nazis, wie sie es ja nennen, ein Ende setzen. Für mich ist es ganz wichtig, dass man das eben nicht auf die leichte Schulter nimmt, dass man hier ein offenes Auge hat und dass man genau hinsieht und auch versteht, dass da etwas aktuell schlummert und auch sich hier im Untergrund entwickelt, gerade auf dieser linksextremen Seite. Das darf man nicht unterschätzen, vor allem eben deswegen, weil diese ganzen Aktionen entweder vom Staat ignoriert oder teils sogar geschützt werden und das ist einfach nur der perfekte Nährboden, um das Ganze noch weiter eskalieren zu lassen. Also an dieser Stelle bin ich gespannt, was da am Ende herauskommen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, auch hier werden die Fahndungen vermutlich ins Leere laufen. Die sind ja ziemlich geschickt darin, solche Anschläge zu verüben. Ich hoffe, dass sich die Versicherung hier einschaltet und dass es keine großen Probleme geben wird, auch finanzieller Natur, und dass wir nicht in Zukunft noch öfter von solchen Vorfällen hören müssen. Aber wie gesagt, die Tendenz und die Entwicklung ist durchaus vorhanden, dass es in Zukunft wieder mehr Antifa-Anschläge geben könnte. Jetzt würde mich eure Meinung zum Thema interessieren. Denkt ihr, da kommt nichts dabei heraus oder denkt ihr, es war irgendetwas anderes? Wie gesagt, aktuell ist es noch mutmaßlich, aber dadurch, dass er schon einmal Ziel seines Angriffs war, ist es sehr wahrscheinlich, dass es wieder so ein Angriff war. Ich würde sehr gerne in die Kommentare schreiben. Auch wie seht ihr das mit dem Linksextremismus? Könnt ihr da meine Argumentation nachvollziehen, dass es eben gerade so gefährlich ist, wenn der Staat das ignoriert oder auch schützt, dass sich da noch viel mehr entwickelt und dass sie sich dann auch noch mehr trauen werden? Bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch ansonsten wie immer das Gute. Abonniert mich doch sehr gerne hier auf YouTube. Schaut auch unbedingt bei Telegram vorbei. Wir haben heute drei Jahre Jubiläum hier auf dem Kanal und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.